Das BNE, das Brutto-National-Einkommen, ist die Leistung aller Deutschen, egal wo. Die Leistung aller Deutschen, egal wo, das ist das Brutto-National-Einkommen. Das heißt, das Brutto-National-Einkommen stellt ab auf die Nationalität. Also auch eine deutsche Ingenieursfirma, die in Dubai ein Hochhaus baut, kreiert eine Wertschöpfung, die das Brutto-National-Einkommen erhöht. Weil es Deutsche sind. Egal wo. Egal wo. Steuern, lassen wir das mit den Steuern mal weg. Weil es Deutsche sind. Das Brutto-National-Einkommen stellt ab auf die Nationalität, egal wo auf der Welt diese Wertschöpfung kreiert wird. Das Brutto-Inlandsprodukt ist die Leistung in Deutschland, egal von wem. Die Leistung in Deutschland, egal von wem. Das Brutto-Inlandsprodukt stellt also ab auf die Landesgrenzen. Also auch die Wertschöpfung von McDonalds, amerikanisches Unternehmen, aber in Deutschland präsent. Die Leistung und die Wertschöpfung von McDonalds.